Los gehts! Gegen nach Kolderbohr, der geht an den Fahrer mit der Stadnerwärtsreise und der 6. Louis Keil. Platten Nummer 4, auch noch was eng zwischen den beiden Egelstädtern, das ist Lars Friedinger. Und der zweite Egelstädterfahrer, das ist Maximilian Heckel. Schauen wir nach vorne, vorne weg, aber der Fahrer aus Erlangen, der fährt auf Position Nummer 1, das ist Wetzel-Kurle. Er fährt auf Position Nummer 1, Nummer 2, das ist der Fahrer aus Kolderbohr, das ist Louis Keil.